Das ist eine sehr gute und wichtige Frage und wir möchten Ihnen gerne dazu eine Hilfestellung geben. Der richtige und professionelle Immobilienmakler bereitet den Verkauf sehr intensiv vor, hat alle Unterlagen parat, bevor der Verkauf startet und spricht mit Ihnen einen detaillierten Verkaufsprozess durch, in dem sich dann auch der Käufer wiederfindet und das Ganze sollte dann in einem Marketingplan enden, damit Sie als Verkäufer genau wissen, was Sie von Ihrem Makler erwarten können und um auch zu garantieren, dass das Ganze dann professionell abgewickelt wird. Sie erkennen, Transparenz und Fairness gegenüber allen Parteien ist sehr wichtig. Einerseits für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, als auch dann am Ende für das Verkaufsergebnis. Dazu gehört, dass der Makler Ihnen eine umfassende Präsentation vorlegt. Zum einen, wie er auf den Marktpreis gekommen ist, den er für realistisch hält. Zum anderen ein klares Konzept, eine Strategie, ein definierter Prozess, der allen Seiten die Sicherheit gibt und eben den Fahrplan durch den Verkaufsprozess, weil ein gutes Kaufgefühl schafft am Ende auch ein gutes Verkaufsergebnis. Es gibt viele weitere Gründe, die wir Ihnen von Lehmann-Hüberseite noch gerne an die Hand geben wollen. Wir sind erfolgreich mit unserem Verkaufskonzept und laden Sie recht gerne ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Bis demnächst!